So liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Blickpunkt Leine Bergland. Heute starten wir mal hier im lauschigen Lammspringe, wo es jede Menge tolle Sachen gibt und natürlich auch seit vielen, vielen Jahren einen gewissen Künstlerhaushalt. Ich verrate jetzt nicht, wer das ist. Wir fangen mal mit der jungen Dame hier in der Mitte an. Die hat nämlich auch etwas Künstlerisches geschaffen, was sie auf dem Schoß trägt mit dem Titel Auf der Suche. Ronja, was hast du denn da? Genau, das ist ein Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren und in der Geschichte geht es um einen Igel, der durch ein Feuer seine Heimat verliert und sich auf die Suche begibt nach einem neuen Zuhause und neuen Freunden. Aber weder das eine noch das andere lässt sich so einfach finden. Okay, eine Geschichte und zwar eine Geschichte, die du dir ausgedacht hast. Erzähl uns doch mal, wie ist es denn dazu gekommen? Genau, die Geschichte ist in der Elternzeit entstanden, während ich mit meiner Tochter zu Hause war und da sind die ersten Ideen gekommen und nach und nach hat sich dann so eine ganze Geschichte daraus entwickelt. Dann hast du die Geschichte aufgeschrieben, das hat ja wahrscheinlich auch ein paar Tage gedauert und die Geschichte war fertig, aber nun sehen wir ja auch ein paar Illustrationen drauf. Wie ist denn dazu gekommen? Genau, als die Geschichte dann fertig war, habe ich mir gedacht, gut, jetzt habe ich eine Geschichte, aber eigentlich fehlen ja noch die Bilder zu und wäre besser geeignet, so ein Kinderbuch zu illustrieren als mein Vater. Und da bin ich dann an meinen Vater herangetreten und habe gesagt, Papa, das war eigentlich schon immer mein Traum, dass ich eine Geschichte schreibe und du malst die Bilder dazu. Und dadurch ist eigentlich dieses Vater-Tochter-Projekt entstanden, dass wir gesagt haben, okay, können wir machen, dann werden wir Mavi ein Buch schenken, die Geschichte geschrieben von der Mama und die Bilder vom Großvater. Das ist natürlich sensationell. Wer hat schon so ein Geschenk? Jetzt fragen wir doch mal den Großvater, Großvater, Gitarristen, wir sind ja Musiker, ne? Jetzt fragen wir mal den lieben Michael Kloth. Michael, wie war das denn für dich, mal ein Kinderbuch zu illustrieren? Das hast du doch vorher auch noch nicht gemacht, oder? Ja, das war natürlich erstmal eine Herausforderung. Als Ronja mich gefragt hat, da habe ich erstmal lange überlegt, so ein bisschen erst auch geschluckt. Dann dachte ich, naja, Ronja und vor allem Mavi auch zuliebe, würde ich mich da schon reizen. Und dann habe ich erstmal lange ein bisschen ruhen lassen, die ganze Sache. Und dann, als ich dann so langsam in den Startlöchern war, muss ich sagen, dann hat mir das auch von Tag zu Tag mehr Spaß gemacht. Dann so die Figuren zu beschreiben, die Ronja in ihrer Geschichte erfunden hat. Ein Igel, das Pferd und Fisch. Und die mussten ja alle Gestalt kriegen. Und ich musste sehr darauf achten, dass die dann auch immer wieder dieselbe Gestalt haben. Weil Kinder sehr aufmerksam sind. Und die sagen, dann sagen sie, der Vogel sieht jetzt hier aber ganz anders aus, wie sie wieder vorher. Und das ist natürlich schon eine ganze Herausforderung für mich. Anders, als wenn ich meine eigenen Bilder male. Da kann ich die Figuren so setzen, wie ich das möchte. Und da mussten sie sich immer wiederholen und einen Wiedererkennungswert haben. Stimmt, da muss man erstmal dran denken. Genau, richtig. Dann habt ihr das ja sozusagen erstmal als ganz kleine Auflage, Micha hat es mir vorhin erzählt, mal produzieren lassen für den Eigenbedarf. Wie war denn das? Ja, wir haben uns gesagt, das sollte für unsere Mavi, also für Tochter und Enkeltochter, zum zweijährigen Geburtstag sein. So eine Erinnerung für alle später. Und dann, als es dann fertig war, dann fanden im Freundeskreis alle, Mensch, das ist so ein schönes Buch geworden, das ist doch schade, wenn das keiner sieht oder wenn das nie veröffentlicht wird. Und dann haben wir dann doch uns Gedanken gemacht, ob wir einen Verlag finden. Und was natürlich erschwert ist, ist die heutige Zeit durch die Corona-Krise, dass man da natürlich keine Lesungen veranstalten kann, nicht öffentlich sich zeigen kann, wo man das Buch zeigt oder vorliest. Und da waren wir dann ganz glücklich, dass sich der Hottenstein Verlag aus Siebisse bereit erklärt hat, er möchte das Buch gern verlegen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache und da sind wir beide auch glücklich drüber. Und ja, jetzt hoffen wir, dass doch sich einige melden und Interesse an dem Buch haben. Ich kann nur sagen, das ist nicht nur für Kinder schön. Diese liebevollen Illustrationen von mir sind auch wirklich für Erwachsene sehenswert. Okay, klasse. Hättest du denn gedacht, dass du mal unter die Buchautorinnen jetzt kommst und auch gleich im Buchverlag gelandet bist und im Grunde genommen jetzt nur noch durchsteigen musst? Nein, vor allem war das wirklich eigentlich ein Familienprojekt war. So hat das angefangen und das Ziel war, etwas Einmaliges für meine Tochter zu schaffen. Und dass dann doch so viel Interesse kam, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Okay, jetzt haben wir die Zuschauer so heiß gemacht. Jetzt sei doch mal so gut und lies uns doch mal so eine halbe Seite oder eine Dreiviertelseite mal vor. Gerne. Da sind wir natürlich ganz gespannt. Da ist es ja schon. Okay, here we go. Genau. Das Feuer kam schleichend, doch wuchs stetig an, kroch näher und näher ans Igelhaus ran. Es zerstörte alles und schon bald verließ der Igel schweren Herzens den Wald. So. Und wie das weitergeht, das kann man in wunderschönen Versen und ganz tollen Bildern. Vielleicht magst du das noch einmal umdrehen, dass man mal sehen kann, wie toll das auch gestaltet ist. Also super Geschichte, super Geschenk beim Hottenstein Verlag erhältlich. Genau. Kann man unter www.hottenstein.de, da kann man sich erkundigen, da ist das Buch, wird das Buch angeboten. Genau. Super Geschichte. Vorbestellungen sind erwünscht. So, ist ja auch bald wieder Weihnachten, ne? Ja. Vielen Dank an die Künstlerin und an den Künstlern und natürlich an Mavi für die Inspiration zu dem Buch, ne? Ihr arbeitet da hinten ganz schwer im Hintergrund gerade weiter. Vielen Dank und viel Erfolg damit natürlich. Dankeschön. Ja, danke. So, liebe Zuschauer, als nächsten Beitrag sehen Sie jetzt ein Video von der Fitnessinsel in Gronau. Dort sind ja die Hygieneregeln jetzt auch in Kraft getreten, wie in allen Fitnessstudios in Niedersachsen. Und wie das bei den Gästen so angekommen ist, das hat der Chef Ramon mal gefragt. Schauen Sie mal. Hallo Leute, war nicht so viel live. Die erste Woche ist geschafft. Wir bedanken hier uns bei allen unseren Mitgliedern. Sie halten sich richtig super an unsere Regeln. Wir könnten sagen, 95% sind zufrieden, wie wir das machen. Und 5% finden das doof oder sind sie nicht anverstanden. Oder denken da, wir machen das, um die Kunde zu ärgern. Wir freuen uns. Ich denke, nächste Woche werden wieder ein paar Verlockerungen noch dazu kommen. Wir besprechen diese Sache, dieses Wochenende. Und heute 17, nur 45. Taibo in Gronau. Wenn du Lust hast, Taibo in Gronau oder online. Die wird parallel gemacht. Wir haben mehrere von unseren Kurse, die sind jetzt parallel. Du kannst sie online machen und du kannst sie auch live bei uns. Wir hätten sie gerne draußen heute gemacht, weil das Wetter richtig geil ist. Leider in Gronau haben wir keinen Packplatz. Das bedeutet, ich muss einen extra Bereich aufbauen. Und die ist noch nicht fertig. Man muss gucken, wie es weitergeht. Deswegen 17 Uhr 45. Taibo. Taibo in Gronau mit mir. Hast du Lust, dann komm vorbei. Oder melde dich auf www.fitness-insel.info auf unseren Online-Kurs. Die sind immer noch online. Hast du Lust, kannst du auch online kommen. Okay. In diesem Sinne. Bis nachher hoffe ich. Bye-bye. Hier sind wir heute bei wunderschönstem Kaiserwetter im legendären Waldbad in Lamspringe mit Bürgermeister Andreas Humbart anlässlich der Eröffnung des Waldbades. Wie froh ist man, dass man jetzt wieder losgehen kann? Na, wir sind sehr froh, weil das war eine lange Durststrecke. Wir haben ja dieses Jahr 60 Jahre Waldbad. Das müssen wir natürlich, die Feierendlichkeit müssen wir natürlich verschieben auf nächstes Jahr. Aber es haben schon so viele Menschen angefragt, wann kann es endlich losgehen? Und klar, wir haben seit Montag die Verordnung. Danach dürfen wir öffnen. Und wir haben gleich gesagt, also wir regeln alles in dieser einen Woche. Die ganzen Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, die haben wir ja alle soweit, haben wir einen Hygieneplan fertiggestellt. Also von daher konnten wir heute starten und da sind wir auch sehr froh. Wunderbar. Also ist hier alles safe und clean. Und ganz besonders, liebe Zuschauer, lohnt es sich hierher zu kommen einmal mehr, weil es hier im Hintergrund, sehen wir das, ein ganz tolles Waldbadcafé gibt, das von einem ganz tollen Bild geziert wird. Was hat es denn damit auf sich, Herr Hohmann? Ja, ich bin ja auch noch Vorsitzender vom Förderverein Lamspringe, der Waldbad Lamspringe, der ja dieses seit Jahren, dieses Waldbad auch unterstützt. Und wir haben gesagt, im Rahmen dieser Jubiläumsveranstaltung, dieses Jubiläumsjahres, 60 Jahre Waldbad, wollen wir auch insgesamt die Anlage verschönern und haben gesagt, dieses Café, das wollen wir also eben auch farbig gestalten. Das war schon ein bisschen abgekommen im Laufe der Jahre. Und da haben wir eine bekannte Künstlerin aus Neuhof engagiert, die ja auch die Bushaltestelle in Wöllersheim farbig gestaltet hat. Die war ja auch schon in den Medien. Und die hat eben so ein Motive der Nachhaltigkeit. Wir sind ja offiziell anerkannte nachhaltige Kommune. Und da hat sie eben einige nachhaltige Motive auch in ihr Bild reingebracht, wie regenerative Energien, Integration, also Gleichbehandlung auch von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Dann natürlich eben auch der Konsum, Plastikfreiheit, regionale Kost und so weiter. Das ist alles so in diesen einzelnen Motiven versteckt. Und wir haben zum Beispiel auch eins sehr schön, da halten zwei Kinder die Weltkugel oder spielen mit der Weltkugel eben als die Nachhaltigkeit. Also man sagt ja auch Enkel-Kindertauglichkeit. Die Generation, die jetzt künftig dann als Erwachsene weiter gestaltet. Und das ist also ganz toll geworden. Und da sind wir sehr stolz und froh, dass sie das so jetzt rechtzeitig zur Eröffnung fertig bekommen hat. Ja, und dann ist eben eine motivierte Truppe dabei, bestehend aus zwölf Personen, glaube ich, die jetzt aus dem Förderverein heraus dieses Café betreiben wollen. Ganz hervorragend. Lamm-Springen hat ja sowieso den Ruf eigentlich, sich viel um Natur und drumherum auch zu kümmern. Es gibt ja auch dieses tolle Blühwiesenprogramm. Wenn Sie da nochmal einen Satz zu sagen wollen vielleicht? Ja, da sind wir ja auch so ein bisschen Vorreiter im Landkreis gewesen. Das ist, wie gesagt, jetzt auch das dritte Mal schon, dass wir Private auffordern, Grundstücksbesitzer auffordern, was für die Insektenvielfalt für die Wildblumenwiesen anlegen zu tun. Und das steigert sich von Jahr zu Jahr. Wir haben auch dieses Jahr über 100 Interessenten, die sich Saatgut kostenlos abholen können, auch eine kostenlose Beratung bekommen und dann eben in ihren Grundstücken einen Teil des gepflegten Rasens eben extensiv bewirtschaften, dort eben eine Wildblumenwiese anlegen. Und wir haben aus den Jahren davor schon die Meldung, also so viele Insekten hatte ich ja noch nie in meinem Garten und es ist ganz toll. Von daher ist das gut angelaufen. Ich habe auch Nachfragen aus anderen Kommunen, aber mittlerweile muss ich sagen, auch zum Beispiel die Stadt Hildesheim macht eine ganze Menge in der Hinsicht schon. Also es ist jetzt so doch, dass wir nicht mehr die Einzigen sind, dass es mehrere Kommunen auch im Landkreis gibt, die jetzt auch da aktiv sind. Und das finde ich sehr gut. Klasse. Liebe Zuschauer, wie Sie sehen, Lammspringe blüht auf und hilft auch anderen Kommunen. 60 Jahre Freibad. Herr Hummert und ich werden jetzt gleich im Anschluss noch 60 Bahnen schwimmen. Da wollen wir sich aber nicht die ganze Zeit dabei haben. Das dauert bestimmt eine halbe Stunde. Wir springen jetzt rein. Okay, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Liebe Zuschauer, das war unser Blickpunkt für heute und ich werde jetzt vor Ihren Augen mitsamt Mikrofon und Funkstrecke in diesen Pool hier reinspringen. Oh, ich höre gerade, unsere Sendezeit reicht nicht mehr. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.